Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Let's go! Deidle doodle doodle! Ähm... Mit dieser Spiele... Die mit... Die mit... Gibt's Auto... Da haben wir nichts... Das solltest du ausprobieren... Gut... Zurück... Äh... Rett... Aha! Die mit dem... Die raided unsere Storehouse... Killed... Some good folks... Wir können es nicht gehen... Revenge wird nur geteilt... Except... Die stole... Our water purifier... Rainwater ist nicht gonna cut it... Und... Ich versuche nicht meine eigene Piss... So... Wir bekommen es zurück... Der war der Reiniger... Aha! Der war der Reiniger! Der war der Reiniger! Aha! Alright Anderson... Wir sind hier! Get our water purifier back... And do it quietly! There are walkers everywhere! Good luck! Ehhh... Ok... What the hell... Ah! I need legs... I'm confused... Hi! Leg... Leg... Aha! Hey! Wieso legt das also so? Nein! Nicht gut! Eiser! Nicht gut! Nein! Nicht gut! Eiser! Ich muss andere Waffen an... Ich muss andere Waffen an... Eiser! 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 Ich weiss es nicht, aber... What the hell is going on? Da bin ich wieder... Aha Ich decke jetzt einfach, wenn ich vorbei Das Haus lassen wir Ich bin ja nicht rein Tschüss, habe ich wieder Wahrscheinlich ist es doch der Sinn, dass ich einfach vorbei sollte In vorne sieht es gut aus Wir haben ein Tor hier Komm schon, Mann Was, 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 was? Was, 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 was brauche ich? Reparieren den Generat Bestellen die Stromversorgung wiederher Spulen, Luftfilter Ja, Ditto What the hell? Ah, soll ich? Ha, ich umfitte dich, ey Never, ey Woah B Dodge Hey Ich mache die confusing Ja, ich hole dir Bushy fähig Ach du heilige Makrele Jetzt sind wir voll Ach du gehst da vorne Was ist jetzt gegangen? Ah Pomponente Elektriker benötigt Newe Geh in die Garage Oh Drahtschneider benötigt Nein Spoolen benötigt Ich habe doch ein Zahnrad Willst du mich jetzt verarschen? Hallo Madame Ah nein Ich habe hier etwas Spoolen Das Was war das? Luftfilterspule Haben wir? Ähm Was? Ah Nein Ah Soll ich Weiss ich Die Spule habe ich ja Was? We need you to find the family hideout Okay Anderson We're opening the gate Great Now find their hideout Ach du heilige Makrele Ist das geil Heizzer Game Heizzer Game Juhuuu Let's Deedle Deedle Dudle 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 Was ist sie da für mich? Munition Ja das Spiel We're loading here Und jetzt Was ist das? Dure Gegenstände Aber jetzt muss ich da weiter gehen Ah da hinten Oh die sind feindlich Was ist das? Das ist so gut, was hier passiert. Einfach alles blinderig. Ach du! Wo? Nein, du läufst doch her! Geht her! Ah, ich kann einen eintreten. Willst du mir gehen? Moon! Looter, looter, looter! Was ist vorröte? Hey, die verdammten Drecksbären vollen! Was war das? So ein Mist! Was war das? Ben ja! Was war das? Ich hab das hier! Die Fortschreiten! Das ist ein Fall, oder? Ich glaube, ich sehe hier. Ich glaube, ich werde hier viel planen. Das ist mein Kollege. Was ist mit dir nicht gut? Was ist jetzt das? Boah! Uff, es geht wieder. Ich weiss nicht, wie es aussieht. Das sind die Samen. Oh! 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 Ja, das ist so, dass ich nicht ganz patske, oder was? Aber es ist nicht so, dass ich nicht so, dass ich nicht so. Nein, ich greife doch damit an, hey! Mir geht es gar nicht gut. Nein, ich gehe nicht weiter. Oh! Noch ein Geräusch, noch mehr Gelegenheit. Du musst aufhören. Wir alle beten auf dich. Find a family hideout, und zurückkommen. Das ist nicht so offen. Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Du kannst nicht mehr so einen Hint nehmen! Ich habe das! Ich stehe! Danke! Du willst dir zwei Leben? Ich bin vor Roshan und Zöge. Das ist nicht gut. Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Wir müssen die Garten abbrechen! Wir müssen die Garten abbrechen! Wir sehen, was du kannst. Wir sind hier. Wir müssen die Garten abbrechen! Wir müssen die Garten abbrechen! Gears! Ich habe die Garten abbrechen! zelfs nicht abbrechen! recurring Was ist das für ein Chemiker? Ah, kurdu benutzen, sag doch das. Oh, da hätte es hochgedebt mir. Ach du heilige Scheisse. Alter, ist das schwierig, hey. Ach du heilige Scheisse. Ach du heilige Scheisse. Ach du heilige Scheisse. Ja. Er ist weg! Das war's, das war ein Satz mit X, das war wohl mit CC an Bälle geschlagen. What the hell is going on?